Ich hoffe, es verläuft heute alles nach... Ich kann es kaum erwarten zu erfahren, wie das Abwehrmittel funktioniert. Ausgezeichnet! Gründliche Praxistests, exakte Berichte und dann dieser Eifer. Was könnte ich von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter mehr verlangen? Und? Wie funktioniert mein chemisches Abwehrmittel? Traumhaft sauber und sicher, oder? Das ist ja grässlich! Sie sind grässlich! Dieses Zeug ist grässlich! Alles ist grässlich! Nach so vielen Tests lässt es sich nicht mehr korrigieren. Behalten Sie es. Womöglich finden Sie einen besseren Verwendungszweck, obwohl ich es bezweifle. Ach, und für Ihre Mühe... Hier, nehmen Sie die restlichen Medikamente von der Arbeit am Abwehrmittel. Sicher können Sie sie irgendwie gebrauchen. Wir wissen nicht viel über die Maya-Lurks und wie gefährlich sie sind. Da gibt es sicher einiges rauszufinden. Ich frage ungern, aber ich muss die Auswirkungen schwerer physischer Traumata untersuchen. Natürlich kann ich die Probanden danach wiederherstellen. Und das sollte für das zweite Kapitel genügen. Welchen Teil davon wollen Sie überprüfen? Maya-Lurks sind in manchen Gebieten eine große Gefahr. Wenn die Leute mehr über sie wissen, können sie ihnen aus dem Weg gehen oder sie austricksen. Ich besorgte mir dieses Observierungsgerät, um sie in ihrem natürlichen Umfeld beobachten zu können. Verstecken Sie es in einer der Laichkugeln im Bau. Während Sie daran arbeiten, gehe ich einer Spur nach, die mich zu zwei Stealth-Boys führen sollte. Wenn Sie den Job erledigt haben, gehören Sie ihnen. Wer weiß, vielleicht lernen wir von den Maya-Lurks sogar etwas Nützliches. Großartig! Ich schlage das Nest beim Anchorage War Memorial vor. Ich kannte mal einen Händler, der von Maya-Lurks da unten erzählt hat. Gehen Sie rein und suchen Sie einen Ihrer Laichbälle. Die finden Sie vermutlich in Wassernähe. Legen Sie diesen Beobachter hinein und gehen Sie leise. Und sorgen Sie dafür, dass Sie keine nistenden Maya-Lurks umbringen, da dies die Aussagekraft der Studie beeinträchtigen könnte. Sind Sie intelligent? Haben Sie ein Oberhaupt, eine Art König oder Priester? Oder irgendein schleimiges Gemeinschaftshaus? Ja, das sind miese Bieste. Aber wenn Sie intelligent sind, können wir Sie aufhalten und trainieren. Vielleicht lassen Sie es reiten? Das wäre lustig. Was darf es denn sein? Was darf es ja? Was darf es? Ihr sieht? Das wäre lustig. Das wäre trip für mich. Ich weiß sie bouncing belicite, das wäre lustig. van Das war's für heute. Das war's für heute. Gute Jagd! Sterben Sie mir nicht! Hände weg! Diesen Roboter habe ich zuerst gesehen! Werden Sie mir nicht! Ich bin Titel! Ich bin Titel! Ich bin Titel! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Na, wie geht's? Betrachten Sie das doch nicht als Selbstverstümmelung. Freuen Sie sich auf die kostenlose Behandlung. Sie verletzen sich doch sowieso. Na, wie geht's? Ich weiß, dass es wehtut, aber es dient einem guten Zweck. Versuchen Sie, sich nicht so sehr zu krümmen und zu winden, während ich Notizen mache. Wie würden Sie den Schmerz beschreiben, den Sie spüren? Haben Sie einen Rat, wie man ihn erträglicher machen könnte? Ich frage das für die Nachwelt. Sind hier Nerven abgestorben? Hm, das ist wahrscheinlich ein schlechtes Zeichen. Möglicherweise ein Symptom für eine Schädigung des Nervensystems. Zum Glück kann ich Sie zusammenflicken. Halten Sie still und hören Sie auf zu zucken. Oh je, wie kann man denn nur so rumlaufen? Okay, ich habe Ihnen sogar ein Smiley-Gesicht genäht, um Sie bei guter Laune zu halten, obwohl Sie es nicht wirklich sehen können. Hier, nehmen Sie meinen Umgebungsanzug. Er wird Ihnen beim Verarzten helfen und dürfte auch vor den Auswirkungen der Strahlung schützen. Darauf können Sie wetten. Ihre Beiträge sind genau das Richtige, um dem Buch diesen wilden Touch zu geben. Das Gefühl, dass man alles überleben kann. Natürlich werden Leser, die nicht bereits echte Haudegen sind, erst mal nur wenig damit anfangen können. Aber sie werden es mit der Zeit schon lernen. Darüber brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Hier ist Ihr Lohn. Nichts Extravagantes. Nur ein Haufen Munition. Jetzt auf zum nächsten Kapitel. Das letzte Kapitel ist etwas esoterischer. Es geht um das Überleben der Menschheit als Ganzes und den Wiederaufbau der Gesellschaft. Tiefsinnig, was? Wir wollen herausfinden, wie große Siedlungen gegründet und alte Technologien eingesetzt werden. Auch brauche ich Geschichtsinfos aus einer Bibliothek. Wir sind auf der Zielgeraden und sollten nochmal zum Endspurt ansetzen. Was wollen wir zuerst angehen? Seien Sie sich da mal nicht so sicher. Sie wären überrascht, wenn Sie wüssten, wie konfus die Menschen sogar bei einfachen Dingen sein können. In diesem Fall geht es um Rivet City. Das ist die erfolgreichste aller Siedlungen der Überlebenden. Aber keiner weiß genaueres über ihre Anfänge. Natürlich! Deswegen ist es ja so wichtig zu wissen, wie so ein Ort Erfolg haben konnte. Gehen Sie also hin und forschen Sie ein bisschen nach. Sie meinen, abgesehen davon, dass wir vermeiden können, unsere tragischen Fehler in einer endlosen Kette aus menschlichem Leid zu wiederholen? Wie wäre es mit einem großen Stapel Mantids? Neulich kam eine Lieferung. Leisten Sie gute Arbeit, werden auch die Leute von Rivet City Sie belohnen. Ich kann es kaum erwarten zu hören, was Sie da unten alles so rausfinden. Und schauen Sie sich gut um, um sich ein reales Bild zu machen. Was darf es denn sein? Oh, ich fühle mich geehrt. Was hätten Sie denn gern gewusst? Schauen Sie sich doch mal die Welt an, in der wir leben. Für Sie mag sie okay sein, aber ich habe gelesen, wie sie mal war. Und sie ist es nicht mehr. Wir brauchen alle etwas, das uns Mut gibt. Trotz der schrecklichen Dinge, die um uns herum passieren. So etwas wie dieses Buch. Nein, so ist es nicht. Haben Sie jemals versucht, ein kaputtes Glas zu reparieren? Auch wenn es gelingt, wird es nie mehr so sein wie vorher. Wenn Sie aber clever sind, können Sie mit den Einzelteilen andere nützliche Dinge erschaffen. Vielleicht sogar etwas Wundervolles, wie ein Mosaik. Nun, die Welt ist wie ein Glas zerbrochen und alle versuchen, sie wieder zusammenzukitten. Aber sie wird nie wieder so sein, wie sie einst war. Mag schon sein. Auch andere Leute denken so. Aber liegt es nicht auch in der Natur des Menschen, sich anzustrengen, um die Welt zu verbessern? Bitte. Ich will wenigstens versuchen, die Welt zu verbessern. Und ich schaffe es nicht allein. Ich brauche Ihre Hilfe. Weiter so. Ihre Feldforschung ist großartig. Super Assistent. Keine Mätzchen, ja? 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 Das war's für heute. Oh Oh Hey, aufpassen, klar? Mit wem zum Teufel habe ich's zu tun? Egal, Sie brauchen einen Drink. Jerry, ich bin am Verdurst in ihr. Bitte sehr, nehmen Sie sich einen aus dem Schnapsschrank. Leuten ohne Drink in der Hand vertraue ich prinzipiell nicht. Natürlich vertraue ich auch niemandem mit einem in der Hand. Fressen, saufen, furzen und bumsen. Hier draußen geht mir niemand auf den Sack. Ich kann tun, was ich will und mit wem ich will. Das sind meine Party-Mädels. Ich bin viel zu männlich für eine einzige Frau. Deshalb brauche ich zwei. Ich treibe sie jede Nacht bis zu einer Schöpfung. Warum sollten Sie sich die Mühe machen, sich anzuziehen, wenn ich sie dann doch nur wieder rausziehe? Hey, passen Sie auf, was Sie sagen, Sie Clown. Ich zahle Ihnen nichts. Sie kümmert sich um mich und darum kümmere ich mich um Sie. Wir kümmern uns die ganze Nacht lang umeinander. Sie müssen mehr trinken. Oh Himmel, wenn das nicht ein Prachtexemplar von einem Mann ist. Ich bin Phantasia. Wenn du was brauchst, melde dich einfach bei mir. Er gibt mir ein paar Kronkorken, aber es ist nicht, was du glaubst. Er kann echt nett sein. Und wenn es dunkel wird, hat man einen Mordspaß mit ihm. Er ist okay. Er kann sogar richtig lustig sein. Und er weiß, wie man ein Mädchen fertig macht. Vor allem bin ich hier sicher. Wenn ich du wäre, würde ich keine Waffe ziehen. Nicht mal, um sie ihm zu zeigen. Da flippt er sofort aus. Und lass dir nicht einfallen, mit ihm um die Wette zu schießen. Er ist echt gut. Ja, er hat's gut hier. Ich bin nur zum Spaß hier. Er kann gut mit Knarren umgehen und weiß, wo man Alk herbekommt. Das ist, äh, nun ja, Dukovs Wohnung. Er lebt hier. Er macht nicht viel anderes als trinken und feiern. Tschüss. Oh, sind wir heute aber hübsch. Das ist, äh, nun ja, Dukovs. Der Mistkerl machte mich total fertig letzte Nacht. Kannst du versuchen, ihn zu überreden, mir heute Nacht freizugeben? Klar, bin ohnehin ich dran. Nicht, dass sie sich daran erinnern oder es ihn interessieren würde. Duki, Schatz, kann deine Fantasia die Nacht frei haben? Fantasia, Baby, du weißt ja... Hallo, Hübscher. Ich bin Cherry. Kann ich was für dich tun? Dukov hat es am liebsten. Heiß. Mehr Klamotten sind nicht nötig. Er ist ein lüsterner alter Sack. Der einzige Grund, warum ich mir ihn und seine Bedürfnisse überhaupt antue, ist, dass ich hier sicher bin. Er neigt dazu, zuerst zu schießen und dann zu fragen. Zieh ja keine Waffe in seiner Nähe, sonst knallt er dich sofort ab. Und er ist echt gut. Du bist ein Schwein, weißt du das? Ich bin nur hier, weil ich bei ihm sicher bin. Er ist viel härter, als er aussieht. Allerdings weiß ich nicht, wie lange das noch genug sein wird. Warum zum Teufel sollte ich dir vertrauen? Hey, das ist mein Leben, also verpiss dich. Pass auf dich auf, Zuckerschneuzchen. Dass ich dich am liebsten habe. Heute Nacht brauche ich eine besondere... Das ist mein Leben, also verpiss dich.